Seid gegrüßt, herzlich willkommen auf dem Muskelmacher Shop YouTube Kanal. Heute sprechen wir über Melatonin von SciTech Nutrition. Ja, wie eingangs gesagt, es geht um Melatonin, ein ganz interessantes Produkt. Erstmal zu den Fakten, 90 Tabletten, sehr günstiger Preis. Und jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie das Ganze wirkt, für wen es geeignet ist. Was ist jetzt überhaupt Melatonin? Es ist ein Hormon, was deinen Körper selbst bildet, nämlich in der Zirbeldrüse im Gehirn. Und dieses Hormon, das reguliert quasi den Tag-Nacht-Rhythmus, ist also ganz wichtig. Und es wird bei Dunkelheit gebildet. Bei Licht wird die Bildung gehindert, bei Dunkelheit steigt die Melatonin-Konzentration, sodass du während deiner Nachtruhe ein Vielfaches an Melatonin-Konzentration aufbaust. Bei jungen Menschen verzwölffacht sich die Melatonin-Konzentration im Laufe der Nacht. Bei älteren Menschen nimmt diese Fähigkeit ab, das heißt, da verdreifacht sie sich nur. Es ist also ganz wichtig zu wissen, im Laufe deines Lebens wirst du eben nicht so viel Melatonin bilden und die Konzentration, die kommt von einer Verzwölffachung runter auf eine Verdreifachung. Jetzt ist ganz interessant, was passiert also in der Tiefschlafphase, wenn die Melatonin-Konzentration am höchsten ist. Genau dann findet eben auch eine sehr hohe Ausschüttung eines ganz wichtigen Wachstumshormons statt, nämlich Somatropin. Für den Muskelaufbau, für den Fettabbau ist es einfach ein Wachstumshormon, was elementar ist. Und diese Ausschüttung ist eben in der Tiefschlafphase, die hervorgerufen wird durch Melatonin. Darüber hinaus ist Melatonin eben auch ein Antioxidant, darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Da gibt es auch ganz viele Anti-Aging-Studien und so weiter und so fort. Viel wichtiger ist eben zu wissen, dass eben im Laufe des Lebens die Möglichkeit abnimmt, eine Melatonin-Konzentration um ein Vielfaches aufzubauen. Und es ist eben so, dass es eine jahreszeitliche Rhythmik gibt. Logischerweise Helligkeit und Dunkelheit ändern sich eben im Laufe des Jahres. Für wen ist Melatonin hier beispielsweise als Kapselprodukt jetzt geeignet? Jemand, der Schlafstörungen hat, der sollte in erster Linie immer zum Arzt gehen. Das ist meine Meinung. Ansonsten muss man ganz klar sagen, wissenschaftlich bewiesen ist, dass Melatonin die Einschlafzeit verkürzt. Und genau das ist ganz wichtig. Also ich kenne es selber zum Beispiel, wenn ich lange am PC sitze und dann einfach nicht müde werde, weil ich mich eben auch wach halte und durch den Bildschirm die Helligkeit habe, dann nehme ich am Ende eine Melatonin-Tablette und merke, dass ich dann auch relativ schnell einschlafen kann. Für wen ist es noch geeignet? Auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass Melatonin das subjektive Jetlag-Gefühl reduzieren kann. Das heißt, dieses Gefühl, den Biorhythmus verpasst zu haben oder nicht so richtig reinzukommen. Beispielsweise in einer anderen Zeitzone. Genau dafür ist Melatonin geeignet. Genau deshalb wird Melatonin in den USA, in jeder Apotheke, in jedem Drugstore, in jedem Supplementstore, an jedem Flughafen verkauft. Und vor allen Dingen, das ist ganz interessant für sporttreibende Schichtarbeiter. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, einen richtigen Biorhythmus aufzubauen. Wechselschichten und so weiter fordern einfach dem Körper eine Menge ab. Da gibt es auch ganz viel Studienlage zu, dass es eben enorm schwierig ist, als Schichtarbeiter in den richtigen Biorhythmus reinzukommen. Und genau dafür ist eben auch Melatonin interessant, um es eben über die Einschlafzeit zu machen, um eben über die Einschlafzeit die Wechselschichten abzukönnen. Kommen wir zum Thema Einnahme und Dosierung. 90 Tabletten sind enthalten, ungefähr 1 Milligramm pro Tablette. Aus meiner Erfahrung reicht eine Tablette unmittelbar vor dem Schlafen gehen wollen aus. Am besten nicht auf vollen Magen einnehmen, tendenziell eher auf leeren Magen. Und dann kommt ihr damit 3 Monate aus. Also ein unglaublich günstiges Preis-Leistungsverhältnis. Wer das Melatonin von Cytec Nutrition ausprobieren will, der kann es natürlich bei uns online im Muskelmachershop.de bestellen. Lieferzeit 1-2 Tage sollte bekannt sein. Ansonsten war es das dann von mir. Wir sehen uns im nächsten Review. Macht es gut, viele Grüße. Euer Simon. Wir sehen uns beim Shaft-Leistungsverhältnis. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020